Und nun eine Frau neben mir, die zum einen für ihre atemberaubenden Roben, aber auch für ihre atemberaubende Größe bekannt ist. Hallo, liebe Franziska Knuppe. Hallo. Das ist mal wieder eine Traumrobe. Ja, herzlich gerne. Kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, ich sehe das an den Blumenapplikationen. Wir tragen die gleiche Design drin. Kann das sein? Von wem ist da eins? Von Irene Luft. Also, liebe Grüße an Irene Luft an dieser Stelle. Wie ist das bei solchen Groß-Events? Wie viel im Vorhinein kümmerst du dich um solche Roben? Das haben wir natürlich schon früh besprochen. Wir haben, glaube ich, Mitte September angefangen und ich habe mit ihr das zusammen, oder mehr oder weniger hat sie das designt und wir haben gesagt, welche Farbe und so. Wir haben uns überlegt, was schön wäre, weil sie hat schon öfter für mich ein Kleid gemacht und ja, Mitte September hat sie angefangen und es ist wirklich custom made. Das weißt du ja, also wird alles einzeln per Hand von ihr angenäht. Jetzt schaut man ja bei einer solchen Veranstaltung, man weiß überhaupt nicht, wo man den Hals hindrehen soll. So viele tolle Promi-Damen in tollen Roben. Welche Promi-Ladies haben dir heute Abend bisher besonders gut gefallen? Bis jetzt noch gar nichts, weil, also natürlich kann ich es nicht sagen, weil wir sind tatsächlich gerade erst vorgefahren. Ich werde mich jetzt umschauen. Alles klar, dann bin ich gespannt. Ich frage dich später nochmal. Gerne. Viel Spaß, Franziska Knuppe. Tschüss, Tschüss.